Seid ihr herzlich willkommen! Ein aktuelles Orakel. Wir schauen an, was die Karten zeigen. Diese Karte bedeutet Glück und dieses Glück nähert sich schon. Anker bedeutet Sicherheit und Stabilität in die Beziehung. Was dieser Anker noch symbolisiert, das ist Beruf, Berufung. Mehr Stabilität in die Liebe bringt Glück oder Glück im Arbeitsplatz. Dieser Turm kann Ämtern sein oder eine rechtliche Lage und dort wird etwas bearbeitet in die nächste Zeit und das bringt auch Glück. Beruflich kann eine größere Institution sein, eine große Firma, aber dieser Turm bedeutet oft auch Einschränkungen. Zum Glück erscheinen die Mäuse und die Mäuse fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Das heißt, die Mäuse entfernen die Einschränkungen oder entfernen deine Arbeit und dann bedeutet das eine berufliche Veränderung. Hier die Wege zeigen die Entscheidungen. Du hast mehrere Möglichkeiten und das bedeutet eine berufliche Veränderung, weil erscheint die Berufskarte hier bei dieser Belegung, wobei der Anker kann auch Stabilität bedeuten. Und wenn in der Liebe bis jetzt Einschränkungen waren, dann geht das vorbei, kommt das Glück, mehr Stabilität und die Wege zeigen schon die Entscheidungen. Aber Vorsicht, 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 weil eine falsche Person beobachtet dich. Und das kann ein Kollege oder eine Kollegin auch sein, immerhin die Berufskarte erscheint bei diesem Orakel. Aber was dieser Fuchs noch bedeuten kann, warnt dich vor falschen Entscheidungen. Auf jeden Fall kommen Veränderungen, auch beruflich, auch in die Liebe Partnerschaft. Diese Veränderung kann bis Wintermonaten dauern. Du bist gerade in Wandlung, in Transformation. Etwas schließt du ab, kommen die Neuigkeiten und das ist diese Veränderung und die Entscheidungen. Vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt, klare Entscheidungen zum Treffen, warnt dieser Fuchs. Aber was dieser Berg noch bedeuten kann, Berglandschaft, diese Umgebung oder noch Hindernisse. Aber das Glück erscheint hier auch. Und das spürst du schon in die nächste Zeit. Alles geht in eine neue Richtung. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute und alles Liebe. Alles Gute und alles Gute und alles Gute und alles Gute.